Hi, das gibt Neuigkeiten von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Wolle ich euch kurz darüber informieren, nachdem andere Länder auch schon sich für die Nichtverlängerung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ausgesprochen haben, haben jetzt Sachsen, Bayern und Thüringen nachgelegt. Die Gesundheitsminister, Gesundheitsministerin von den drei Ländern haben einen Brief an Lauterbach verfasst und ihn dringend aufgefordert mitzuteilen, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht nicht verlängert wird. Und ja, sie sprechen von einer überholten Maßnahme und es sei auch nicht mehr verhältnisgemäß, weil sie damals im Hinblick auf eine allgemeine Impfpflicht eingeführt worden ist und unter der Delta-Variante noch schwere Verläufe waren, jetzt aber überhaupt nicht mehr erkennbar ist, ob es überhaupt noch einen Schutz gibt, andere nicht anzustecken. Also der Druck hier auf Lauterbach wächst. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Passt auf euch auf!